Musik Und es geht weiter Diesmal haben wir Blitzdolche, wie im letzten Video Falls ihr neu dabei seid Dieses Spiel ist Hammer Hm Hier lang Ja Hätte ich mir doch denken können Sehr riskant diese Häuser so An den Berg zu bauen Frischer Knoblauch Ha Ich speichere lieber, ich glaube Wie komme ich jetzt Wahrscheinlich hier lang Hier riecht es nach verwestem Fleisch Okay, das Ihhh Äh Nein Äh, 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 äh Ey, das ist eine gute Taktik So schnell bewegend Dass sich die Biester Nicht Na super Es ist so dunkel hier drin Ich kann nichts erkennen Wow Ein Heiltrank Einmal Gegengift Nein Ist hier sonst noch irgendwas Ist hier sonst noch irgendwas? Okay, einmal hier Und einmal hier Ja, egal Gehen wir hier lang Aber wir sollten vorher speichern Hoffentlich begegne ich nie wieder Spinnen Verdammt! Das wirkt nicht sehr stabil Äh Ich wusste es! Das war viel zu knapp Lass uns mehr darauf achten, wohin wir treten, ja? Das ist ja witzig Nach oben Nach oben Woaaah! Was macht eine Spinne hier?! Puh Und alles, was ich dafür kriege, ist ein Mana-Tragen Hm Hier hat es einen Kampf gegeben Aber zwischen wem und warum? Ein Logbuch? Hier ist ein Logbuch Vielleicht erfahren wir da mehr Anscheinend gab es einen Kampf Zwischen Den Orks Hier hat Minilax-Expedition sich zum letzten Gefecht gestellt Ich wette, sie haben die Aufzüge gesperrt Um die Orks abzuhalten Ja, jetzt wissen wir auch, warum der Aufzug aus ist Minilax war nicht dumm, aber Ich brauche diesen Aufzug Glaubst du, die Orks halten es nicht? Orks sind nicht dumm Versuche es Haha Und schon kann ich zur Kristallkammer Geht's hier lang? Ja Ohhhh Genau das habe ich gebraucht Und wir haben diesmal ein Flammengoldbarren Das heißt, wir können ein besseres Schwert schmieden Also Geben wir den Barren hinein Werde warm, Feuer! Werde warm! Gut Dann ein bisschen abkühlen Die noch frische Klinge nehmen Jetzt Feuer halten Und jetzt Und ein Heft für das Schwert Erdfeuerschwert Uuuuuh Wo ist es? Erdfeuerschwert Schaden plus 6 Und plus 12 gegen Feinde, die anfällig für Feuer sind Wow Wow Aber wir brauchen dafür Stärke 2 Und das kostet uns 8 Punkte Und wir haben S6 Also ein sehr starkes Schwert Das ich unbedingt haben will Gut, dass wir hier hingegangen sind Das hat sich sehr gelohnt Aber jetzt muss ich wieder nach unten Zum Aufzug Hoffentlich folgen mir die Orks nicht Plopp So, wo war der Aufzug? Hier Okay Wofür denn das hin? Ein magischer Pilz Ein magischer Pilz Kriegen wir jetzt auch schon Drogen in diesem Spiel Okay, hier ist nichts Also, wir werden gleich den Aufzug nehmen zur Kristallkammer Und dann Kommen wir unserem Ziel ein Riesiges Stück näher Wo kommt der her? Aus dem Auszug Auf dem Aus dem Aufzug Runter mit hier Blitz Tja Oh, was ist das? Hab ich das eben übersehen? Giftbogen Okay, wir müssen wohl noch weiter runter Da Hier war das doch irgendwo Hier Aber dazu erst im nächsten